Hallo und willkommen zum zweiten Part von das Wanderlicht fängt den Schatten auf. Fotografieren. Ah ja genau, jetzt zum Outdoor. Jetzt müssten wir eigentlich genug Kram zum herstellen. Also Genshin, so zwei tägliche Missionen haben wir. 40 Harz haben wir verbraucht. Ja, auf der Webseite sind wir. Offiziell YouTube-Seite. Zack, haben wir uns angeguckt. Wunderbar. Also 130. Wunderschön. Gibt es noch mehr? Nein. So, wir brauchen 70. Ja, also ich glaube morgen können wir dann noch den Rest machen. Das ist gut. Also, bestätigen. Das ist ja viel Klosmich. Wer hat sie wohl verloren? Ja, so. Einmal hier. Nee. Ah, jetzt. Dann haben wir den richtigen Winkel. Ja, ist toll. Gut. Gut, den hätten wir. Dann das hier. Auch sehr gut gemacht. Oh ja. Was sehen wir jetzt? Ja, sieht auch gut aus. So, und dann noch die da oben. Wahrscheinlich willst du jetzt näher ran. Ja, natürlich. Ah. Perfekt. So, das war's schon wieder. Morgen kommt dann der Rest. Würde ich jetzt mal so sagen. Wenn wir jetzt nämlich zurückgehen. So, wir haben 60. Wir brauchen 70. Und es könnte gut klappen, dass wir dann auch noch mal... Also, dass wir 80 morgen kriegen. Gehe ich jetzt mal aus? Ja. Ich bedanke mich für's Zuschauen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann und tschüss.